unten rechts an dem runden ding bitte schneller drehen ich habe mitgekriegt dass immer noch viele leute nicht wissen dass jedes video besser klingt wenn man hier unten rechts ich zeige es gerade irgendwo da ist so ein rundes ding und da können sie die geschwindigkeit beliebig schneller drehen 1,75 sozusagen mindestens 1,5 sollten sie jede sendung drehen und wenn so als einschlafhilfe können sie 0,75 benutzen ja dann wird nämlich jede sendung gemütlich sozusagen und einschläfern ja also bitte mindestens auf 1,5 oder 1,75 stellen denn ich spreche so langsam ich hoffe dass das jetzt endlich alle kapiert haben aber ich habe gerade gestern gesehen dass es die meisten nicht kapieren ja also regieren heißt in zukunft immer externe reformer hinzuziehen wir wollen doch nicht den fehler machen bei der neuen großen volkspartei egal ob die nun am ende die basis oder wir 2020 heißt oder anders oder ein wahlbündnis was zurzeit anrufe gab wahlbündnis oder was ist mit der bewegung blau viele gespräche das einzige wo es noch keine gespräche gab ist die föderalen die scheinen gar nicht sich zu bewegen nun gut aber egal wie am ende die neue große volkspartei heißen soll und heißen wird wir wollen doch nicht den fehler machen dass leute wieder denken sie könnten ohne echte vielfalt an wissenschaftlern und ohne wirklich echte kompetenz in ihr zu sich zu holen sondern indem sie nur lobbyisten zu sich holen da könnten sie deutschland regieren ja wir haben doch gesehen was es für eine katastrophe war dass man nur drosten wieler und lauterbach geholt hat und dabei gar nicht gemerkt hat dass es sich dabei letztendlich nur lobby um lobbyisten handelt um lobbyisten einer raubtier kapitalistischen pharmazeutischen pharmazeutischen impf und test und maskenindustrie und dass man die anderen die gegen ihre eigenen profite geredet haben nämlich die eigenen profite gegen ihre eigenen zunft geredet haben nämlich die leute wie bakdi wodak und schiffmann und so weiter die sich ja quasi geld aus ihren praxen hinaus geredet haben dass man diese ausnahme leute nicht gehört hat und genauso ist es bei den externen reformen insgesamt ja also wie sozusagen wie kann man es machen sozusagen und ein mitglied der partei wir 2020 der doktor der physik hat das ja so schön gesagt dass es eben darum gehen muss das sozusagen wo ist es jetzt hier jetzt habe ich hier irgendwas ja natürlich am ende vielleicht sogar um ein mischmasch gehen muss aus allen verschiedenen externen reformern ja aber eben sieht hinzu zu ziehen erst einmal überhaupt im gegensatz zu bisherigen regierungen die also sozusagen den vorteilbringenden irrtum im kopf haben es lobbyisten und konzerne sind eine wertvolle Quelle von 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 inspirationen für politische entscheidungen diese dieser irrtum dieser vorteilbringende irrtum der politik also lobbyisten und großkonzerne sind eine wertvolle Quelle von inspirationen für politische entscheidungen diese irrtum den müssen wir doch endlich überwinden indem die neue Volkspartei große Volkspartei eben genau das sagt nein wir brauchen überall die hier vorgeschlagenen sechs bis neun weltbesten externen unentgeltlichen reformer ja wir müssen doch mit der gemeinwohl ökonomie reden wenigstens auch wenn man sie dann noch so scharf kritisieren mag ja wir müssen doch mit ihr reden um eine um dann daran gute politische programmpunkte zu schleifen sozusagen und zu feilen und wir müssen doch mit der ekonomie for mankind org über die es heute auch wieder gehen wird müssen wir doch zumindest reden auch wenn wir sie vielleicht noch so scharf kritisieren und am ende sie uns vielleicht nicht für allzu viel von ihrem konzept entscheiden oder so wir müssen doch mit dem berühmten philosoph david precht schädlich sind und der garant für die erhaltung von drei millionen arbeitslosen und massen arbeitslosen und dauer arbeitslosen sind sozusagen wir müssen doch mit dem die die argumente von dem wirtschaftsweisen professor achram truger vom sachverständigen rat der bundesregierung anhören als linkem wirtschaftswissenschaftler der 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 uns dann erklären soll warum er gewerkschaften und tariflöhnen nicht als schädlich ansieht und warum er darin nicht die ursache für drei millionen dauer arbeitslose sieht ja und sozusagen und wir müssen doch mit dem götz werner vom bedingungslosen grundeinkommen reden in der tour durch die sender zwei drei vier fünf sechs sieben um zu erfahren was er für argumente für das bedingungslose grundeinkommen hat auch wenn wir das dann noch so scharf kritisieren vielleicht ja und wir müssen doch eben hier mit uns man muss doch die next scientists for future vom weltrat hinzuziehen hinzuziehen ja und nicht nur eben die partei wir 2020 de sondern auch alle anderen parteien weil da vielleicht die genau die 56 prozent kommen mit dem man eine wahl gewinnen kann oder wenigstens dann auf 20 bis 28 prozent kommen kann wir müssen doch mit christian zimmermann dem arzt des dem präsidenten des patientenverbandes in deutschland sprechen der also ganz klar sagt dass unser gesundheitswesen zu einer der größten gefahren für unsere gesundheit geworden ist und müssen doch seine reformvorschläge für eine gesundheitsreform hören und dann müssen doch die parteimitglieder die möglichkeit haben noch neue externe reformer zu benennen die sie gern noch anhören möchten sozusagen ja und und das ist doch die frage um die es hier geht sozusagen ja und dann hatten wir sozusagen ja wo ist es habe ich denn das jetzt ja also von welchen dieser externen reformer sollte man wie viel einbauen und jetzt hier haben wir dann da muss ich jetzt die große füße verschieben das hat wohl was mit der werbung zu tun ich hoffe so jetzt jetzt kann man es glaube ich selbst lesen sehen sie hier stellt sich jemand als behauptet wieder jemand samuel ecker zu sein kann natürlich eine reine lüge sein wird bei uns kann bei uns ja nicht nachgeprüft werden im forum im weltratforum und dieser angebliche samuel eckert schreibt jetzt hier ich dann zieht sie distanziere mich von allem hier ich bitte um beachtung in meinem neuen live am 4.12 ja bitte schön wann denn wenn man das aufschlägt ja dann steht hier irgendwas von von hier irgendwas live aber es steht nicht wann der nächste die nächste sendung ist ja ich weiß nicht ob ein echter samuel ecker den fehler machen würde nicht die zeit zu erwähnen wann es ist und jetzt weiß ich auch nicht ob diese person überhaupt geklickt hat auf dass sie benachrichtigt werden möchte über antworten aber na gut wir haben jetzt meine andere wort geschrieben wer sind sie falls tatsächlich der der samuel eckert der also mit bodo schiffmann auch auf der bustour war und so weiter dann stellt sich die frage sind sie gegen den außerparlamentarischen weg der an dieser stelle hier diskutiert wird das ist also der weg dieses camps zum beispiel in berlin dieses corona camps und so weiter oder sind sie gegen den parlamentarischen weg also den weg der großen neuen volkspartei der neuen großen volkspartei wollen sie dass die welt einfach so weitermacht wie bisher wollen sie verhindern dass die welt endlich für gutes tun gezielt belohnt wird wo sie doch christ sind und eigentlich gutes tun endlich fördern sollten ja wollen sie das partei dass die parteien alle scheitern weil sie über keine kompetenten reformen und externen reformer verfügen sollen die gekonnt gutes tun fördern und belohnen können stehen sie für das schlechte in der welt wollen sie dass es immer noch schlimmer wird damit sie dann irgendwie ja was dann ja es gibt ja leute die wollen dass die welt richtig untergeht damit sie ihr süppchen kochen können vielleicht ist es auch nur hier so ein rechtsradikaler der 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 dann nur so tut samuel ecker zu sein und der also quasi letztendlich will dass alles noch viel schlimmer wird damit dann endlich sein gewaltsamer aufstand kommen möge ja so dann mache ich das jetzt mal zu und macht die externen reformer mal zu ja und dann ja doktor das habe wurde ja schon hingewiesen drauf dass dr medgerd reuter in die basis ist und dass die sozusagen dadurch promi mäßig ganz gut aufgestellt sind aber noch einmal promis schießen keine tore sie können so viel promis nehmen in eine fußballmannschaft wenn sie keine guten spieler haben da die also reform kompetenz haben dann wird man sie nicht wählen ja das hat musste ja auch michael ballweg erfahren das und übrigens diese ganze bewegung querdenken muss sich endlich muss sich distanzieren deutlich distanzieren von all diesen rechten ja denn ja da wurde ein landrat oder irgendjemand jedenfalls irgendein politiker bedroht mit so nach dem motto du solltest dich aufhängen so ähnlich irgendwas so ähnlich oder wir sollten ihm dabei helfen ja das ist ja eine ganz klare Mordaufruf ja das ist ein direkter Mordaufruf und wir müssen uns noch einmal alle klar werden dass worte straftaten sein können und ganz oft sind ja und 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 leute die solche straftaten begehen die haben in der querdenken bewegung und überhaupt auch in dem ganzen thema neue große volkspartei mit prognose 56 prozent haben die nichts zu suchen ja also kein wort mit solchen leuten reden raus damit und ob es da nun so klug war da auch mit diesem könig von deutschland zu reden das das sollte man auch sich sich fragen also das hätte man nicht tun sollen ja denn unsere gesellschaft ist nun mal hochsensibel wenn es darum geht wer überhaupt mit rechten bereit ist zu sprechen und mit rechten sollten wir es grundsätzlich ablehnen zu reden weil jedes gespräch mit einem rechten gewertet wird von unserer hypersensiblen gesellschaft als förderung der rechtsradikalität und das rechtsfaschismus und da müssen wir einfach verständnis für haben dass da deutschland in jedem anderen staat der erde kann können ja rechte und linke und mittel miteinander reden aber nicht in deutschland ja dann jetzt erst einmal diese kommentare hier da schreibt jemand das system also die beleidigungen wurden wohl gelöscht es wurde uns jedenfalls bei vor der über bei der übersendung geschickt wurde geschickt wurde geschickt mit dem hinweis dass wohl viele beleidigungen rausgelöscht wurden dann steht jetzt hier noch das system von herrn gastmann das wäre ekonomie von mankind also e4m ist zwar absolut neu zu denken was ehrlich gesagt auch mir als unternehmer etwas schwerfällt weil wir gewohnt sind in den derzeitigen strukturen zu denken aber es hat mich neugierig gemacht und habe kurz recherchiert die zahlen die herr gastmann nennt stimmen ja woher ein unternehmer der nicht rechnen kann wäre so meine frage sozusagen also die ekonomie von mankind fährt den umsatz hoch fährt aber die gewinne runter ansonsten müsste also noch einmal man darf in diskussionen nicht immer verlangen dass die diskussionspartner ja also wenn jetzt dann richard david precht oder professor hans werner sinn an der diskussion teilnehmen dann darf man nicht verlangen dass die gefälligst erst mal seine die homepage von ekonomie von mankind oder von next scientists for future gefälligst studieren sollen sondern man muss in der talkshow in der tour durch die sender 23456 muss man sein system erklären so dass es selbst sich selbst erklärend wird und nicht immer darauf verweisen dass die leute sich stundenlang mit irgendwelchen am ende sich als nicht richtig erweisenden berechnungen durchquellen sozusagen sondern man muss es selbst begründen und dann soll bitte ekonomie von mankind bitte ganz klar begründen wie sie das perpetuum mobile das huhn das goldene eier legt erfunden hat nämlich indem sie den umsatz und das zirkulieren des geldes beschleunigt dass daraus angeblich und vermeintlich resultieren könne und solle dass die auch die gewinne der unternehmen hochgeht also ich sehe das ganze bis jetzt bevor ich diese begründung nicht habe wie dieses perpetuum mobile dieses geld aus dem nichts generieren wie das gelingen möge einfach durch beschleunigung denn ich gebe es jetzt mal davon aus dass wenn ich den geldumlauf beschleunige dass dann auch die unternehmen schneller ihre gelder bezahlen müssen sozusagen die sie zu zahlen haben und dadurch dann sich eben nicht mehr gewinn anhäuft bei den unternehmen und zur verfügung steht also muss ich davon ausgehen die die gelder gehen genauso schnell rein dann wie sie rausgehen also bringt eine erhöhung der umlaufgeschwindigkeit nicht mehr gewinne für die unternehmen wenn aber dann die die mitarbeiter doppelt so viel geld alle menschen im niedrig also alle ihr sozusagen ja einfach weniger verdienenden oder finanziell weniger bekommenden bürger plötzlich doppelt so viel und mehr geld in der tasche haben sollen dann muss das geld und kann das geld nur aus den taschen der unternehmer kommen und anders geht es nicht ja da alles andere muss erst einmal die ekonomie die e4m aufzeigen wie sie da eine geld generations maschine erfunden hat sozusagen ja und das problem ist dann dass dann diese klugen unternehmer die offensichtlich dann rechnen können laut professor hans werner sind eben dann wohl einen bogen um deutschland machen werden und dann bleiben in deutschland nur noch niedriglohn arbeitsplätze zurück nämlich arbeitsplätze die auf dem weltmarkt nicht mehr konkurrenzfähig ist was ist wenn mercedes volkswagen und bmw deutschland endgültig verlassen haben oder alle arbeitsplätze weg sind was ist dann ja wen interessiert das bisschen deutscher markt von 80 millionen menschen wenn noch ein weltmarkt von 7000 millionen noch zur verfügung steht ja also der garantiert ein x-fach höheres finanzvolumen hat als deutschland ja und dann götz werner soll also gesagt haben dass er irgendwie am anfang auch nur 200 bis 400 euro bedingungsloses grundeinkommen haben möchte das ist ja ungefähr in der liga unseres bedingungen mini bedingungslosen grundeinkommens also darüber das experimentell mal in einer region einzuführen kann man mit dem weltrat mit den next scientists for future reden nur dass er dann nach und nach erhöhen will bis auf maximal 1500 euro im monat da wird es dann halt schwierig weil das dann eben dazu führt dass man mit 15 euro im monat könnte man eine ganze armee an kindern ernähren und damit würde dann sich wieder das gehirngrößengewicht und die also würde die intelligenz der bevölkerung durchschnittlich stark absinken und dann würden wir sozusagen volkswirtschaftlich pleite gehen und immer kaputt gehen weil das verhältnis zwischen klugen innovatoren und arbeitsplätze schaffen und den haupt schulabbrechern und den sonderschulabbrechern und den dauer also den den dauer arbeitslosen sozusagen weil dann das zahlenverhältnis einfach nicht mehr stimmen würde ja und wenn dann schreibt dieser kommentator weiter und wenn ich als unternehmer im optimalen fall was ganz persönlich in meiner hand liegt wie und ob ich diesen bedingungen sprich möglichkeiten bezüglich arbeitsmarkt akzeptiere und wenn ich als unternehmer im optimalen fall nur diese fünf prozent umsatzprovision beziehungsweise umsatzsteuer meint er wohl beziehungsweise prämie auf meine umsätze bezahlen muss dann würde ich mich von schreiben ja und dann diese tippfehler hier tippfehler da oben tippfehler und so weiter ich weiß nicht ob so ein unternehmer wirklich erfolgreich sein kann der so so viel tippfehler macht na gut ich mache auch mal einen tippfehler na dann werde ich sogar direkt angesprochen in dem kommentator herr dillen ich kann das beurteilen weil ich gerade an meiner steuererklärung sitze wenn das modell gast man nicht noch ein paar bummerangs hat hat dieses modell für mich als unternehmer einen gewissen charme ja weil sie eben noch nicht berechnet haben dass alles geld wodurch die 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 ärmeren leute der gesellschaft reicher werden dass das von ihnen weggenommen wird ja dass also am ende sich diese 15 prozent umsatzsteuer erweisen werden als ein drastisches wegnehmen von geld ihnen gegenüber und das ist ja schön wenn sie das dann sich gerne gefallen lassen freuen wir uns drüber aber ich glaube nicht dass es viele andere unternehmer gibt die das genauso sehen würden abgesehen davon würden meine beschäftigten und mein unternehmen von diesem modell profitieren ja ich hoffe fürchte sie haben sich da verrechnet ich recherchiere weiter herr gastmann also e4a m hat mich neugierig gemacht ja und dann unsere die antwort die dort kam dann von unseren freunden von den news und talks die ja auch fleißig unsere sendungen veröffentlichen mittlerweile haben wir wieder die oberhoheit genommen also wir veröffentlichen mittlerweile auf unserem sender next scientists for future immer die sendungen zuerst und news und talks die uns am anfang geholfen hatten indem sie weil sie die höhere klickzahl erreicht haben hatten die das vorrecht immer klar als erstes zu veröffentlichen und jetzt ist die richtige ordnung wieder hergestellt weil es plötzlich doch sehr viel interesse am sender news und next scientists for future gab veröffentlichen wir jetzt zuerst und news und talks und andere sender dann die anderen zwei drei vier sender die dann noch was veröffentlichen veröffentlichen und wieder veröffentlichen und re-uploaden oder spiegeln die machen das dann in den nächsten tagen jeweils ja so und jetzt antwortet wohl news und talks mit das sind die versteckten bummerangs ihr gewinn und damit auch ihr investitionskapital wird bei ekonomie 4m also e4m umverteilt weg von ihnen hin zu den konsumenten die eventuell auch einen kleinen laden mit diesem geld aufmachen der aber pleite geht weil denen die kompetenzen erfahrene investoren fehlen sie als unternehmer werden den gürtel enger schnallen müssen und können keine neuen arbeitsplätze mehr schaffen weil ihnen das geld dazu fehlt und dann werden sie wie alle anderen darüber nachdenken spätestens dann deutschland zu verlassen weil es sich nicht mehr rechnet in jedem anderen land der erde bekommen sie bessere konditionen für ihr unternehmen auf dem weltmarkt werden sie ihre wettbewerbsfähigkeit einbüßen während dann auf den deutschen markt begrenzt weil die anderen unternehmen in aller welt ihre wettbewerber sie wegkuchen konkurrieren werden ja das ist das das ist das was dieser unternehmer offensichtlich nicht berechnen konnte bis jetzt ja also und wie gesagt wir sollten in der tour durch die sender nicht immer immer sagen ja lesen sie doch mal bitte unsere homepage von next scientists for future bevor sie weiterreden nein also wir können das nicht verlangen von richard david brecht genauso wenig wie er von uns verlangt dass wir seine homepages lesen müssen wir die argumente in den sendungen auf den tisch bringen und bitteschön e4m soll man bitte mal sagen woher wie sie das huhn das goldene eier legt erfunden haben wie sie die gewundersame geldvermehrung geschafft haben die bis jetzt noch kein mensch geschafft hat nämlich dass die unternehmer reicher werden und die arbeitnehmer reicher werden wie hat 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 man diese quadratur des kreises geschafft das interessiert uns denn das können wir nicht wir können milliarden wirtschaftswunder erzeugen wir können mehr geld erzeugen für alle aber so nicht einfach so ja denn und jetzt erst mal noch dieser kommentar hier es kam die nachricht dass wimeo das ist wohl auch so der youtube ähnliche plattform dass die den wahrheitskonkurs löschen will ja dafür habe ich vollstes verständnis der außerdem talk mit den next scientists for future gab es da wohl etliche talks die ganz klar wo ganz klar illegale worte gefallen sind und dass man sowas natürlich dann löschen will ist klar ja dass wenn da illegale wortwahl gewählt wurden deswegen ist es auch wichtig jetzt mal wirklich die begründung von wimeo ernst zu nehmen wimeo erlaubt keine verschwörungstheorie bezogenen inhalte warum nicht weil verschwörungstheoretiker oft die tendenz haben zu sagen der und der mensch sei ein böses schaf und damit ein krimineller und das grenzt schon an den aufruf möglichen aufruf zu gewalt gegenüber diesem angeblich kriminellen also hier werden vorverurteilungen also verschwörungstheoretiker praktizieren sehr häufig unerlaubte vorverurteilung entziehen bestimmten menschen unerlaubter weise das menschenrecht auf die unschulds vermutung die geld gilt in unseren demokratien ja und damit also wimeo erlaubt keine für verschwörungstheorie bezogenen inhalte bei denen die zugrunde geliegende verschwörungstheorie also die jetzt sagen jetzt auch noch die zugrunde liegende sozusagen verschwörungstheorie unter anderem hassreden groß angelegte diffamierungen falsche oder irreführende informationen zu impfungen oder irreführende inhalte zur gesundheitssicherheit verbreitet wird ja das ist eben interessant dass das ja also noch einmal wenn die zugrunde liegende verschwörungstheorie zum beispiel die bösen reichen juden ja und damit also quasi schon fast gewaltaufrufe gegenüber den bösen reichen juden dass wir das nicht dulden können ist doch selbstverständlich ja hassreden also ja also ich habe es ja gerade eben geschildert dass da quasi regelrecht mordaufrufe und hassreden stattfinden davon muss sich die ganze querdenken die ganze partei bewegung rund um die neue große volkspartei total distanzieren ja groß angelegte diffamierungen ja ist doch klar dass wir diffamierung nicht zulassen können ja das muss doch gelöscht werden ja das ist doch auch richtig so falsche oder irreführende informationen zu impfungen oder irreführende inhalte zur gesundheitssicherheit verbreiten natürlich darf man nicht hingehen und sagen das ist so und so mit corona und so weiter da sondern man darf nur sagen warum man bestimmte zweifel hat und welche wissenschaftlichen argumente es gibt dass man bestimmte zweifel hat aber wenn man auftritt und irgendwie behauptet das sei so und so und man könne corona verhindern mit der und der behandlung oder dann ist man alle übt man ja unerlaubte heilkunde aus und natürlich ist das verboten in deutschland ja also von daher sozusagen gut so viel dazu den samuel eckert lasse ich noch mal auf so nach dem motto vielleicht erfahren wer noch wann da eine sendung sein soll so und jetzt schauen wir doch mal weiter hier im programm e4m also sie wissen gew heißt gemeinwohl ökonomie bg heißt bedingungsloses grundeinkommen e4m heißt economy for mankind und economy for mankind und next scientists next scientists for future.de sind also externe reformer die bis jetzt von mitgliedern der partei wir 2020.de hinzugezogen wurden wie sich das gehört nämlich dass man dass diese wie heißt es regieren heißt in zukunft immer externe reformer hinzuziehen aber von welchen sollte man wie viel einbauen das ist ja die einzige diskussion die dann sinnvoll ist man sollte nicht in der illusion verharren dass man die über 50 jährige arbeit der externen reformer und ich habe ja vorhin die ganze liste vorgelesen sozusagen einfach so das können wir also aus dem stand machen wir ein parteiprogramm das alle begeistert das wird nicht gelingen dass da kann der schwarm noch so intelligent sein wie er will das wird er nicht schaffen ja und ja also die e4m reduziert gewinne der unternehmen gibt aber nichts zu den gewinnen zurück und da liegt der groß darauf darauf folgt dann das abwandern die abwanderungsgefahr der unternehmen ja die next scientists reduzieren zwar auch die gewinne denn irgendwie müssen ja die unternehmen die tatsache bezahlen dass sie zum beispiel die luft für die mitarbeiter und für die anwohner sauberer gestalten und ihre abgase besser reinigen oder gar keine co also gar keine fossilen energien mehr verbrennen das kostet die unternehmen geld aber dafür kriegen sie das was dadurch an erhöhter gesundheit in der bevölkerung erzeugt wird kriegen sie ja verdienst zuschüsse wieder zurück stellen sich vor die leute arbeiten freiwillig in zukunft bis sie 110 sind und erzeugen damit volkswirtschaftliche reingewinne und von diesen volkswirtschaftlichen reingewinnen weil weil die leute auch kein krebs mehr bekommen und andere krankheiten können wir dann die verdienst zuschüsse bezahlen indem wir die unternehmen wiederum belohnen für ihre gesundheitsförderliche wirkung relativ zu anderen unternehmen die sie auf ihre mitarbeiter und ihre kunden und ihre anwohner haben sozusagen ja und dadurch können wir sozusagen den unternehmen am ende über die verdienst zuschüsse mehr mehr geben als sie verlieren durch den umweltschutz den sie praktizieren ja und das ist der richtige weg und das bedeutet ein wirtschaftswunder von 500 milliarden euro jährlich und das bedeutet eben nicht das erfinden einer angeblichen eines hunes das goldene eier lebt legt sozusagen sondern das bedeutet realpolitisch eine gesündere bevölkerung die freiwillig länger arbeitet bis zum 115 lebensjahr eventuell freiwillig länger arbeitet wird volkswirtschaftlich viel größere gewinne erzielen eine bevölkerung die bestimmte krankheiten wie krebs und herzinfarkt gar nicht mehr bekommt ja die wird viel leistungsfähiger sein und die wird dann in der summe dieses volkswirtschaftswunder von 500 milliarden euro erwirtschaften werden eine gesellschaft die nicht mehr unsummen bezahlen muss für ein arbeitsamt weil am ende in jeder stadt ein arbeitsamt mitarbeiter reichen wird um dafür zu sorgen dass wirklich nie mehr jemand arbeitslos wird ja wenn drei millionen menschen dauer arbeitslose jetzt wieder arbeiten und volkswirtschaftliche reingewinne erzielen sozusagen und wenn die arbeitsämter und alle behörden der gesellschaft drastisch runtergeschrumpft werden wenn unsere poli behörden innere sicherheit total runterschrumpfen können weil es durch weil sie durch aufgrund positiver anreize effizient gegen kriminalität vorgehen und wir und nah ganz nah von null kriminalität sind und wir in jeder stadt nur noch zwei polizeibeamte brauchen die mit mit den richtigen techniken daran arbeiten auch die letzten kriminellen noch zu einer legalen arbeit zu bewegen ja das sind alles volkswirtschaftliche reingewinne die sozusagen entstehen und die dann diese 500 milliarden wirtschaftswunder erzeugen jährlich ja und wenn dann sozusagen die leute ja also wir letztendlich die menschen ihre konsumsucht verlieren und wieder glücklich mit anderen menschen leben und ganz vieles nicht mehr konsumieren dann wird allein dadurch das ganze land reicher weil wir nicht mehr so viel durch konsumsucht vergeuden und verschleudern und dadurch auch die umwelt nicht mehr so belasten und so weiter ja also all diese dinge wenn wir irgendwann landwirtschaft permakultur ohne jegliche chemikalien machen was das für gewinne sind was wir für kosten einsparen und so weiter ja und was wir wenn wir nur noch einen bruchteil der ärzte im gesundheitswesen brauchen und die ärzte dann in die produktforschung gehen und dann eben die deutsche wirtschaft stärker machen und zu größerem erfolg führen mit ihrer kompetenz ja was wir dann für ein wirtschaftswunder kriegen können das sind eben diese 500 milliarden euro jährliches wirtschaftswunder und das sind eben keine aus dem nichts erfundenen gelder wie gesagt ich warte bei e4m bei der nächsten talkshow auf die klare begründung wie sie geld generieren wollen die next scientists for future können genau vor genau vorzeigen wie sie geld generieren durch eine gesündere dadurch dass alle menschen der bevölkerung arbeiten alle außer den kindern und dass alle wenn sie lust dazu haben bis zum 115 lebensjahr arbeiten dass fast alle krankheiten verschwinden und das sind ist die basis von volkswirtschaftlichen gesamtgewinnen während ekonomie for mankind also e4m noch nicht mal versteht dass die konsumsucht das größte problem der menschheit ist weil es erstens in die krankheit führt alkoholsucht zigarettensucht drogensucht medikamentensucht das führt in die krankheit und verursacht gewaltige kosten ja und dass dafür jegliches bewusstsein fehlt es fällt also die gesamte psychologie psychotherapie und all das fehlt der evm und das was nico pech mit seiner postwachstumsekonomie und mit dem die gross gedanken übertreibt nämlich einfach so zu versuchen die konsumsucht nur wegzureden anstatt sie zu behandeln ja diesen diesen fehler macht die evm auf der anderen seite ja wir lassen einfach die konsumsucht bestehen und erhöhen den konsum und dann wird alles besser nein das wird nicht alles besser ja sondern in der mitte stehen die next scientists for future die sagen wir müssen die konsumsucht therapieren und behandeln zu nicht zuletzt durch die viat die vorteilbringende irrtümer abbau therapie und und wir müssen den menschen helfen wieder ohne konsumsucht glücklich zu werden und das hat nichts mit askese zu tun weil die leute ja dann auf nichts verzichten sie bekommen ja viel mehr ja 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 also beim next scientists for future kommen bekommen die unternehmer für ihre um investitionen in die gesundheit der umwelt der mitarbeiter und der kunden so großzügige verdienst zuschüsse zurück dass sie insgesamt ein wirtschaftswunder bekommen allein schon die tatsache dass die hausärzte in zukunft dann durch neue anreize keine gefälligkeits krankschreibung mehr machen und dass dann da die arbeitnehmer quasi werden der fußball wm nicht krank geschrieben werden nur um dann fußball gucken zu können ja also das würde ja auch schon den unternehmen millionen gelder ersparen sozusagen millionen verluste verhindern ja also in der summe ist das bei den next scientists for future das was die unternehmen aufwenden zum beispiel für den umweltschutz viel weniger als das was sie als durch verdienst zuschüsse bekommen ja wenn die supermärkte zum beispiel dann ganz viel mehr verdienst zuschüsse bekommen als es sie kostet die zulieferer neu auszuwählen und nur noch gesundheitsförderliche produkte vorrangig zu bewerben in ihrem markt in einer gesundheitslandschaft und gewächshäuser zu bauen in denen die herrlichsten früchte und der gemüse direkt reif geerntet werden können von dem ober in solchen neuen gewächshaus restaurants die dann zur rewe zur aldi kette zur allnatura kette gehören werden und so weiter dann diese investitionen kriegen sie ja über die verdienst zuschüsse mehr als zurück ja das ist ja gerade der die der punkt ja wenn zum beispiel jeder arbeitet also um das noch mal zu wiederholen werden gelder eingespart die als verdienst zuschüsse und so weiter wieder zurück fließen können ja ja und dann noch mal zur aussage man könne nicht mit wenig geld sich pro tag ernähren ja gestern 45 cent habe ich bezahlt vorgestern für ein 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 kilo rot rosen rotkohl mit dem ich dann auch wieder ziemlich kräftig zugenommen habe ja war schon wieder viel zu viel ein ganzes kilo rotkohl ich habe natürlich den kleinsten rausgesucht aber fünf lächerliche 45 cent rechnen wir für die öle und die nahrungsergänzungsmittel und die gewürze noch mal 10 cent habe ich bin ich für 55 cent mehr als satt geworden und das rotkohl ungesund sei das soll mir mal einer erklären ich hätte als einziges hätte ich nicht so viel rohanteil machen sollen also wenn sie von weißkohl oder rotkohl wenn ich davon zu viel rohanteil esse dann kriege ich so ein bisschen durchfallartige erscheinungen also vorsicht vielleicht nur bei weiß und rotkohl und bei kohl vielleicht nur mal probieren höchstens mal sagen wir mal so vier fünftel kochen ein fünftel roh aber nicht mehr probieren sie experimentieren sie damit also ich würde sagen 60 prozent roh wäre mir zu viel im moment vertrag ich irgendwie nicht richtig na also rotkohl vielleicht nur 20 prozent roh na vielleicht auch nur zehn prozent roh ja und dann habe ich gesehen habe ich nicht gekauft weil mir das viel zu viel gewesen wäre da kann man ja eine ganze familie mit satt kriegen zwei kilogramm möhren bei aldi für 88 cent also für 98 cent also für genau einen euro mit öl und gewürzen und mit mit nahrungsergänzungsmitteln für lächerliche ein euro zwei kilo möhren da kann sie eine ganze familie mit ernähren und satt kriegen ja und dann hier 68 88 cent für ein kilo bananen also ich hätte also 500 gramm bananen und damit wäre ich pappsatt geworden für 44 cent gekriegt also soll mir doch keiner das märchen erzählen davon dass man verhungern würde aber das ist halt der vorteilbringende irrtum das parasitäre grundmeme der killer virus des geistes der sozialsparten das hat sich unheimlich in den köpfen festgesetzt dass man sich nicht gesund ernähren könnte mit ein euro pro tag das gegenteil ist der fall ja wie gesagt das geht sogar mit 55 cent pro tag also 30 euro pro tag für essen reicht wenn man anderen auf der tasche liegt wer sich den luxus gönnen will ich gönne mir den luxus ich kaufe mir auch mal lachs für vier euro ja aber ich kann mir das erlauben aber wer wer auf kosten anderer lebt der soll gefälligst da mal ein bisschen sparsamer vorgehen das ist auch sehr lecker alles auch ein rotkohl ist sehr lecker das hat auch richtig gut geschmeckt und was hatte ich gestern was war das das ich glaube das war das der rotkohl ich krieg es jetzt gar nicht zusammen was ich gestern auf jeden fall war es auch gestern wieder besonders lecker und das war dann auch nur ich glaube auch nur ganz wenig es war ach ja rote beete eine packung rote beete 59 cent eine packung rote beete dann habe ich mir den luxus erlaubt dazu noch eine dose kichererbsen 65 gesamtpreis war ungefähr 1 euro 20 oder so weil all die ja noch die mehrwertsteuer abzieht ja total lecker mit gewürz und so hat total lecker geschmeckt also dose kichererbsen eine packung rote beete herrlich satt geworden ich werde wahrscheinlich wieder ein bisschen zugenommen haben zwar wahrscheinlich zu viel also sie sehen mit mit 1 euro 20 abwechslungsreiches essen ja so also e4m und gwü lehnen einerseits den raubtierkapitalismus ab denken aber wie vom kapitalismus gewünscht sind also opfer das raubtierkapitalismus nämlich sie denken beide konsumsüchtig sie haben gar keine fähigkeit sozusagen zu hinterfragen ja hat uns nicht der kapitalismus erst so konsumsüchtig gemacht dass meine kinder denken sie bräuchten müssten ständig shoppen und ständig kaufen und konsumieren und und so weiter ja also dieses bewusstsein für konsumsucht das haben offensichtlich nur die next scientists for future und der evm und der gwe fehlt völlig jegliches gefühl für konsumsucht und während nico pech wiederum ein übertriebenes oder wieder ein falsches verständnis der konsumsucht hat mit seiner postwachstumsekonomie denn er sozusagen ruft zur genügsamkeit auf zur suffizienz und das ist auch der falsche weg ja das war's doch schon wieder mit dieser wissenschaftlichen tagesschau heute die wieder im zeichen der neuen großen volkspartei und von wir 2020 und die basis steht ja das war's schon wieder tschüssi bis bald äh